Aufgepasst da draußen, heute haben wir einen echten Augenschmaus für euch. Eines können wir im Vorhinein versprechen, so sexy und verrucht habt ihr Motsi Mabuse lange nicht gesehen. Aber auf Anfang. Die 39-Jährige sorgt in der letzten Zeit vor allem durch ihre natürliche Art für Schlagzeilen. Ungeschminkt und ohne Perücke zeigt sie sich dabei von einer ganz neuen Seite. Dass sich Motsi aber auch gerne in Schale wirft und einen eindrucksvollen Auftritt aufs Parkett legt, stellt sie freitagsabends im TV unter Beweis. Als Let's Dance-Jurorin ist sie nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Fachjury, sondern überrascht auch immer wieder mit fabelhaften Outfit-Kombinationen. So auch auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss. In einem reizvollen Lack- und Ledertraum posiert sie hinter den Let's Dance-Kulissen und heizt ihren Fans dabei ordentlich ein. Ihr Kleid hat einfach alles zu bieten. Tiefer Ausschnitt, knappe Länge und ganz viel Sex-Appeal. So verrucht bekommen wir die gebürtige Südafrikanerin selten zu Gesicht. Auch ihre Promi-Kolleginnen lieben diesen Look. Sophia Tomala, die für ihr freizügiges Auftreten bekannt ist, vermute dieses Exemplar auch in ihrem Kleiderschrank. Und auch RTL-Kolleginnen wie Frauke Ludowig oder Birgit Schrowange sind vollends begeistert. Ja, die Profitänzerin weiß eben, mit ihren Reizen zu spielen. Uns hat sie damit auf jeden Fall ganz schön den Kopf verdreht.